Hallo. Ja, hallo, hier ist Ibrahim. Spricht er mit Leila? Ja, ich bin. Ah, grüß dich, wie geht's? Ja, mir geht's ganz gut. Ganz gut. Ja, du hattest uns ja geschrieben, dass wir dich mal anrufen sollten. Ja, das, ja, ich wollte, weil ich ja mich viel überlegt, ja, und dann möchte ich endlich diese Verhalter aussprechen. Ja. Und nächste Woche, ich fahre auch nach Deutschland und dann, ja, das würde besser auch. Ja, das heißt, du hast dich schon längere Zeit mit dem Islam beschäftigt? Ja, also ganz, also, das ist bei mir, also ich bin katholisch großgezogen, meine Familie war ganz, sehr katholisch, aber seit einem Jahr, ich habe mich Gedanken gemacht, bisschen schon über diese Religion. Ja, und ich weiß, dass es nicht auf die Richtige ist. Okay, du hast also Zweifel bekommen, was deine katholische Religion betrifft. Ja, ja, weil zum Beispiel in Bibel, ich weiß, dass kommen nicht alle von Gott. Ich kann mich nicht vorstellen, zum Beispiel, ja, dass Jesus ist Gott. Und zum Beispiel, die sagen, dass Maria ist Gottes Mutter. Also für mich, das ist total unsehlich. Okay, du kannst dir nicht vorstellen, dass Jesus Gott ist und das passt überhaupt nicht in dein Verständnis. Also das ganze Glaubenskonzept der katholischen Kirche, das passt nicht mit dem menschlichen Verstand zusammen. Das ganze Glaubenskonzept, das durch die katholische Kirche vermittelt wird, das passt nicht mit deinem Verstand oder mit unserem Verstand zusammen. Das heißt, für uns gibt es da keinerlei Logik und du glaubst auch, dass das nicht das Wort Gottes ist. Habe ich das richtig verstanden? Ja, das ist das. Und dann, wie bist du denn dann dazu gekommen, dich mit dem Islam zu beschäftigen? Klar, nochmal, weil ich habe nicht gehört. Du hast ja dann letztendlich festgestellt, dass das Glaubenskonzept, das, was die Kirche vermittelt, nicht zu dir passt. Also, dass du daran keinen Glauben hast. Aber wie hast du deinen Weg gefunden zum Islam? Ja, also, also bei Islam, aber ein Jahr, ich habe mich ein bisschen gedanket, aber so habe ich gedacht. Und dann, ich habe angefangen, ich habe über eine Religion, Islam. Da habe ich eine Büsche aufgetaucht, habe ich viel gelesen, ja. Und ich weiß, dass im Islam nur einen Gott gibt. Ja. Da gibt es einen Gott. Ich habe auch eine Film geschaut, ja, dass die Koran, das ist alles auch von Gott. Da habe ich mich viele Gedanken gemacht und da musste ich, jetzt weiß ich, dass das die Richtige sein muss. Ja. Aber hier habe ich keine Zweifel, ja, überhaupt keine. Letzte Woche habe ich auch Koran gekriegt und ja, ich habe angefangen zu lesen und ja, das muss das die Richtige sein. Und das möchte ich wirklich. Alhamdulillah, das ist sehr, sehr schön, Alhamdulillah, das freut uns sehr. Guck mal, ich frage dich. Ja. Du glaubst, dass der Islam die Wahrheit ist. Ja. Und du hast keinen Zweifel daran, dass Allah keinen Partner hat. Also Allah ist alleine, der hat keinen Partner. Ja, ich habe überhaupt keine Zweifel, nein. Gut. Und dass Allah der alleinige Herrscher des gesamten Universums ist. Hallo? Ja, ich höre dich. Und ich führe ein bisschen schlecht. Ja, das ist wahrscheinlich die Verbindung, subhanallah. Ja, ich denke auch. Kein Problem. Aber du hast keinen Zweifel, dass Allah der Allmächtige ist, der über alles die Macht hat. Der keinen Partner hat. Ja, ich habe wirklich keinen Zweifel. Gut. Also ich glaube, dass alles, ich weiß, das ist das Richtige, ich weiß, dass ist das die Wahrheit. Der Koran ist die Wahrheit. Ja, der Koran ist die Wahrheit, ja. Das ist das Wort Gottes. Ja. Und der Prophet Mohammed ist sein Diener und sein Gesandter. Das ist der Letzte aller Propheten. Danach kommt keiner mehr. Ja, das glaube ich alles. Das ist die Mohammedin, das ist der Gesandter von Gott, ja. Gut, dann, pass auf, dann sprechen wir jetzt das Glaubensbekenntnis, dann hast du es hinter dir. Ja, okay. Dann spreche ich das vor, du sprichst nach. Eshhedu. Eshhedu. Enla. Ilaha. Il Allah. Il Allah. Wa. Wa. Eshhedu. Eshhedu. Enne. Enne. Mohammedin. Mohammedin. Rasulu. Rasulu. Allah. Allah. Allahu Akbar. Dann möchte ich dich als Schwester im Islam begrüßen, mit dem islamischen Gruß. As-salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Herzlich willkommen. Was, 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 was spürst du? Erklär, erklär mir das genau. Bitte? Was fühlst du genau? Erklär es mir. Ja, also, ich fühle mich einfach wie andere Menschen jetzt. Jetzt, ich weiß, dass ich kann neue Leben anfangen, einfach ohne Sünde, nicht sündig mehr. Einfach, ja, ich fühle mich einfach sehr gut jetzt. Also, ein Tag wie früh. Alhamdulillah. Das ist ein sehr, sehr schönes Zeichen. Guck mal. Ja. Jetzt bist du meine Schwester, ja? Ja. Und schau mal, Leila, ne, heißt du? Ja, Leila heißt ich. Leila, guck mal. Was ich dir empfehle ist jetzt unbedingt, Ja. Bei nächster Möglichkeit gehst du einfach mal duschen, ja? Ja. Und dann reinigst du dich von deinen Sünden, okay? Also, ich mache es gleich, ja. Inschallah. Und dann solltest du natürlich dich jetzt auch intensiv mit der Religion, mit dem Islam auseinandersetzen und das Gebet lernen. Das ist sehr wichtig. Ja, da würde ich langsam lernen. Ich habe schon ein Buch über diese Gäste. Ja, ich habe eine Frage. Ja. Diese Gäste, das muss auf Arabisch sein? Das muss auf Arabisch sein, aber... Ja, aber am Anfang kannst du das erst mal so machen, so gut wie du es kannst. Also, ja, also am besten ist, kann ich dir nur empfehlen, dass du auch Kontakt suchst zu einer Moschee in deiner Nähe. Ja, aha. Und dass du dann auch Schwestern kennenlernst, die werden dir in Schala dann auch helfen. Aber, was du wissen sollst, wir sind in Schala für dich immer da. Das heißt, diese Telefonnummer und diese E-Mail-Adresse, unter der du uns kontaktiert hast, kannst du uns immer kontaktieren, wenn du Fragen hast, wenn du Hilfe brauchst oder Probleme hast oder etwas lernen möchtest. Wir wollen dir in Schala helfen. Wir schicken dir auch in Schala eine E-Mail mit einigen wichtigen Informationen. Und wenn du uns eine Adresse schickst, dann schicken wir dir in Schala auch ein paar Bücher zu. Aha, okay. Ja? Ich schaue, okay. Und wir wollen jetzt demnächst in Schala, das ist ganz neu, also wir wollen jetzt so eine Art Seminare anbieten, wo neue Muslime, beziehungsweise auch Muslime, die ihre Religion noch nicht so gut kennen, die das Gebet kennenlernen möchten, die also lernen möchten, wie man betet, für diese Leute möchten wir in Schala bald ein Seminar anbieten. Das geht ja mal vom Freitag, Samstag, Sonntag, damit man lernt, wie man das Gebet verrichtet. Vielleicht kommt das ja für dich in Frage. Wo genau das sein wird, das wissen wir noch nicht, weil wir müssen da noch ein bisschen was organisieren. Aber wir haben ja deine Kontaktdaten. Ich werde auch deine Adresse weitergeben in Schala, wenn du mir das erlaubst, an einer Schwester, die sich dann um dich kümmert, hat, die wird dich anschreiben und wird für dich zur Verfügung stehen, wenn du Fragen hast oder Hilfe brauchst. Ja, das wäre schön. Ne? Ja, das wäre sehr schön. Super. Gut, Leyla, Schwester Leyla, dann wünsche ich dir alles Gute von Herzen. Und wie gesagt, vergiss nicht, wenn irgendwas ist, wir sind da, Inschallah. Okay, dann ich weiß. Dann Salam alaikum, ne? Ja, walaikum alaikum alaikum. Ja, walaikum alaikum alaikum. Ja, walaikum alaikum. Ja, walaikum alaikum.